Kniebeugen sind eine der bekanntesten Übungen im Fitnessbereich und das aus gutem Grund. Sie sind nicht nur effektiv, sondern können auch überall und jederzeit durchgeführt werden. Aber was passiert eigentlich, wenn du jeden Tag 30 Kniebeugen machst? Die Ergebnisse könnten dich überraschen. Heute tauchen wir tief in dieses Thema ein und zeigen dir, warum Kniebeugen so fantastisch sind. Nummer 1 Kniebeugen stärken deine gesamte untere Körperhälfte Mit nur einer Bewegung trainierst du deine Oberschenkel, Waden, Gesäßmuskulatur und sogar Teile deines Rückens. Das bedeutet, dass du mit regelmäßigen Kniebeugen eine solide Basis für einen starken und gesunden Unterkörper schaffst. Und wer möchte nicht feste und definierte Beine und einen straffen Po haben? Nummer 2 Kniebeugen verbessern deine Flexibilität Durch das regelmäßige Absenken und Anheben beim Kniebeugen wird die Flexibilität in den Hüften, Knien und Knöcheln erhöht. Das kann helfen, Verletzungen vorzubeugen und deine allgemeine Beweglichkeit im Alltag zu verbessern. Nummer 3 Kniebeugen fördern den Fettabbau Da Kniebeugen mehrere große Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen, verbrennen sie eine erhebliche Menge an Kalorien. Das bedeutet, dass sie nicht nur beim Muskelaufbau helfen, sondern auch dabei überschüssiges Fett zu verbrennen. Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du jeden Tag 30 Kniebeugen machst und die Ergebnisse siehst. Nummer 4 Kniebeugen verbessern deine Körperhaltung Durch das Training der Rücken- und Kernmuskulatur helfen Kniebeugen dabei, eine bessere Körperhaltung zu fördern. Eine gute Haltung ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch wichtig für die allgemeine Rückengesundheit. Nummer 5 Kniebeugen steigern deine sportliche Leistung Egal ob du gerne läufst, Rad fährst oder auch tanzt. Kniebeugen können deine sportliche Leistung in vielen Bereichen verbessern. Sie bauen Kraft und Ausdauer in den Beinen auf, was zu schnelleren Laufzeiten, höheren Sprüngen und kraftvolleren Bewegungen führen kann. Was denkst du über Kniebeugen? Hast du sie bereits in deine tägliche Routine integriert? Welche Erfahrungen hast du mit dieser Übung gemacht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren, gib uns ein Abo und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine unserer Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib fit!